Guten Abend, danke, dass Sie sich bei klar.tv eingeschaltet haben. Am 8. August erklärte die WHO die Ebola-Epidemie zum internationalen Gesundheitsnotfall. Fast täglich erreichen uns neue Meldungen zu Ebola. Gemäß WHO seien bis zum 13. August 2014 bereits mehr als 1069 Menschen daran gestorben. Wir begrüßen Sie zu unserer Medienkommentarserie zu Ebola, heute mit der Frage, ist Ebola die große Gefahr für die Menschheit, wie es uns über die Medien vermittelt wird? Zunächst zu den Hintergründen. Ebola-Viren sind seit 1976 bekannt. Sie verursachen das Ebola-Fieber, ein hämoragisches Fieber. Das sind infektiöse Fiebererkrankungen, die mit Blutungen einhergehen. Laut WHO geschieht die Übertragung des Virus durch engen Kontakt mit Ausscheidungen, Organen oder Körperflüssigkeiten infizierter Tiere oder auch infizierter Menschen. Das bedeutet also, dass sich Ebola durch sich fernhalten von ungenannten Dingen vermeiden lässt. Seit 1976 kam es nur zu kleinen Epidemien der Ebola-Virus-Krankheit. Seit Februar 2014 sei die bislang größte Epidemie in Westafrika aufgetreten. Ist nun die Ebola-Epidemie, wie es die Hauptmedien an vielen Orten vermitteln, außer Kontrolle geraten und eine Gefährdung für die Menschheit? Hierzu vergleichen wir in unseren heutigen Sendungen statistische Zahlen der sogenannten Ebola-Epidemie mit den Zahlen der jährlich wiederkehrenden Influenza oder Grippe in unseren Breitengraden. Wir erinnern uns, die Anzahl der an Ebola weltweit verstorbenen Menschen erreichte fünf Monate nach Ausbruch der Epidemie am 13. August 2014 laut WHO einen Stand von 1.096 Menschen. Daran erkrankt sind weltweit bisher 1.975 Menschen. Gemäß WHO verursacht hingegen die jährlich wiederkehrende Grippenepidemie weltweit drei bis fünf Millionen sehr schwere Fälle der Krankheit und ca. 250.000 bis 500.000 Todesfälle. Davon sterben in Deutschland pro Jahr ca. 5.000 bis 10.000 Menschen. Im Winter 2008-2019 zählte das Robert-Koch-Institut sogar 19.000 Grippentote in Deutschland. Warum ist die Furcht vor einem Ebola-Ausbruch in Europa sehr gering? Die Ausbreitung der Krankheit in Afrika liege gemäß WHO daran, dass die Kranken und Toten auf dem Land zu wenig isoliert seien und nachweislich Körperkontakt unter anderem bei Trauerzeremonien stattgefunden habe. Zudem suchen viele Infizierte keine medizinische Hilfe auf, da gemäß Medien berichten, dass Vertrauen und die Unterstützung in der Bevölkerung bisher kaum gewonnen werden konnte. Das Ebola-Virus lasse sich durch Seife, Sonnenlicht und trocknende Körperflüssigkeiten leicht töten. Verständlich ist, dass auch Personen mit einem geschwächten Immunsystem weniger Widerstandskraft gegen diese Erkrankung haben. Wieder gemäß WHO an Ebola verstorbene spanische Priester. Er liet vorher schon an Typhus, einer schweren Durchfallerkrankung, sowie Nieren- und Herzkrankheiten. Leider wird über diese Hintergründe zu Krankheits-, Hygiene- und Ernährungszustand der vordergründig an Ebola verstorbenen Patienten in diesem Fall und auch in vielen anderen kaum berichtet. Sehr geehrte Damen und Herren, anhand dieser Fakten ist die Stimmungsmache, die von den Hauptmedien in Bezug auf Ebola bewirkt wird, mit Vorsicht zu genießen. Wir schließen mit einer Aussage von Tom Solomon, Professor für Mikrobiologie und Immunologie, an der Universität von Liverpool. Ebola ist weniger ansteckend als das Grippevirus. Bleiben Sie dran! In den nächsten Tagen folgen weitere Sendungen zu diesem Thema. Guten Abend! Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu unserer zweiten Hintergrundsendung zur Ebola-Epidemie. Heute beleuchten wir die Tatsache, dass die USA bereits seit 2010 ein Patent auf ein Ebola-Virus haben. Wir blicken zuerst kurz zurück. Im März 2014 wurde der aktuelle Ebola-Ausbruch aus Guinea-Westafrika gemeldet. Seither hat die WHO Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie festgelegt und am 8. August Ebola als internationalen Gesundheitsnotfall ausgerufen. Gleichzeitig wurde durch die Medien Hoffnung verbreitet. Schon im September möchte die US-Regierung einen Ebola-Impfstoff an Menschen testen. Denn erste Tests unter anderem an Affen seien erfolgreich verlaufen. Experten der WHO gaben nach Beratungen mit Medizinethikern bekannt, dass aufgrund der grassierenden Epidemie in Westafrika der Einsatz nicht zugelassener Medikamente vertretbar sei. Dabei werden jedoch folgende Tatsachen in den öffentlichen Medien wenig vertreten. Das ohne klinische Studien zugelassene Medikament C-Map ist kein herkömmlicher Impfstoff, sondern ein künstlich hergestellter Antikörper-Cocktail. Diese Art von Antikörper gegen ein Virus und seine klinische Testung waren bisher noch nie erfolgreich. MapBio, das amerikanische Pharmaunternehmen, das das Medikament produziert, teilt auf seiner Homepage mit, dass es keine Verantwortung bei der Verwendung des Medikaments übernimmt. Dort steht, dass es im Ermessen des behandelnden Arztes liege, ein experimentelles Präparat wie C-Map betroffenen Patienten zu verabreichen. Finanziert wurde der Herstellungsprozess von C-Map vom Pentagon, dem US-Kriegsministerium. Das Pentagon hat auch schon das Medikament TKM Ebola mitentwickelt und finanziert, das angeblich das Potenzial haben soll, Ebola und andere Krankheiten zu behandeln, in dem es krankheitsverursachende Gene zum Schweigen bringen soll. Wie ist es nun möglich, dass die US-Regierung schon im September Tests mit einem Ebola-Impfstoff machen kann? Dies liegt daran, dass die Gesundheits- und Seuchenbehörde der USA, auch CDC, Centers for Disease Control and Prevention genannt, schon seit 2010 ein Patent auf einen bestimmten Ebola-Stamm hat. In dem Patentdokument heißt es zudem, dass die US-Regierung die Eigentümerschaft über alle Ebola-Viren fordert. Weiter wird ein spezifischer Patentschutz für die Behandlung infizierter Menschen mit Impfstoffen beansprucht. Dies bedeutet in der Praxis, dass es keinem anderen Staat erlaubt ist, an einem Impfstoff zu arbeiten und Ebola-Patienten zu behandeln. Es ist obendrein auffallend, dass es auch die CDC ist, die bei den angeblichen Nachweisen des Ebola-Virus in Afrika federführend ist. Dies kann kaum als Zufall erklärt werden. Deshalb stellt sich die Frage, ob es hier wirklich um die Bekämpfung einer Epidemie geht, wie es die WHO nennt. Zweierlei Schlüsse drängen sich vor. Erstens, dass die USA nicht um das Wohl der Menschen in Westafrika bekümmert ist, sondern es vielmehr um zukünftige Milliardenprofite für die Vereinigten Staaten und der dort ansässigen Pharmafirmen geht. Und zweitens, um die kostenlose Testung von neuen Medikamenten direkt am Menschen. Bleiben Sie mit uns dran. Morgen um dieselbe Zeit geht es noch einmal um Hintergründe zu Ebola. Guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu einer weiteren Sendung zur Ebola-Epidemie. Mit der Einstufung der Ebola-Epidemie als internationalen Gesundheitsnotfall durch Seuchenexperten der WHO wurden verschiedene Maßnahmen festgelegt. Die Staaten, in denen sich Ebola ausbreitet, sind nun laut den Medien verpflichtet, diese umzusetzen. Folgende Maßnahmen gehören unter anderem dazu und wurden bisher umgesetzt. Der Staatschef soll den nationalen Notstand ausrufen. An internationalen Flughäfen, Häfen sowie größeren Grenzübergängen sollen alle Menschen genau kontrolliert werden. Bei Anzeichen für eine Infektion sollte die Ausreise untersagt werden. Und Massenveranstaltungen sollten verschoben werden. Nach Festlegung dieser Maßnahmen gab WHO-Generaldirektorin Margarete Chan bekannt, dass sie die Empfehlung des Notfallkomitees vollständig angenommen hat und damit als weltweit völkerrechtlich verbindliche Gesundheitsvorschriften in Kraft setzt. Sehr geehrte Damen und Herren, wer nun aber ist die WHO, die sich ermächtigt, völkerrechtlich verbindliche Vorschriften zu erlassen? Die WHO ist eine internationale, nicht vom Volk gewählte Organisation. Ihre Empfehlungen stehen dennoch über den Empfehlungen der gewählten Regierung sowie über den Gesundheitsbehörden der einzelnen Länder. Nicht nur bei Ebola, auch in vielen anderen Gesundheitsbereichen, zum Beispiel bei Impfungen, werden die WHO-Empfehlungen zunehmend ungefragt von den Nationalstaaten umgesetzt. Wir erinnern uns zurück an die Schweinegrippe 2009. Die WHO verkündete damals weltweit den Pandemiestatus, woraufhin jedes Land gezwungen war, mit Steuergeldern teure Impfstoffe zu kaufen. Die Pharmaindustrie profitierte. Aber allein in Deutschland entstand durch gekaufte und nicht gebrauchte Impfdosen ein Schaden von 245 Millionen Euro. Bezeichnenderweise sind bei der WHO für Ebola und das Ausrufen der internationalen Gesundheit notfalls die gleichen Personen verantwortlich, die schon bei der Schweinegrippe der Pharmaindustrie gigantische Umsätze beschert haben. Margaret Chan und Dr. Kaiji Fukuda. Sehr geehrte Damen und Herren, auch in Zukunft sollten die Erlasse und Maßnahmen der WHO international hinterfragt und auch im Nachhinein beurteilt und ausgewertet werden. Epidemien können vor allem verhindert und eingedämmt werden durch sauberes Wasser, Hygiene, gute Ernährung und mündige, mitdenkende und gesundheitsbewusste Bürger. Um unsere aktuelle Berichterstattung zur Ebola-Epidemie abzurunden, empfehlen wir Ihnen, den nachfolgenden Kurzfilm von Hans Tolzin, Ebola, ein gentechnischer Feldversuch des Pentagon, zu sehen, auch unter dem Link auf unserem Bildschirm. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020